So, und jetzt haben wir die Transversalwelle, ein schönes Beispiel, leichter geht es nicht. Das heißt also, unser Pendelmodell zeigt dieses hin und her, das kann auch hoch und runter sein, das kann auch kreuz und quer sein, aber eben nicht in Ausbreitungsrichtung, das heißt nicht vor oder rückwärts. Auch hier wird kein Stoff transportiert, man sieht es, geht ja auch gar nicht, wo wollen sie denn hin, pendeln die armen Dinge, aber schön zum Sehen ist es.